Moin Männer, Friedemann Kühn von der Drumschool Mobil. Ich möchte heute morgen mal eigentlich nur eine kleine Einspielübung vorstellen, wo es um Einzel- und Doppelschläge geht. Ja, nur zur Erinnerung, die Sechzehntelschläge, zählen wir mal eine und die Zweie und die Dreie und die Viere und die Achtelschläge, Eins und Zwei und Viertelschläge können wir zählen, Eins und Zwei und Drei und Vier und. Nur zur Verständigung. Also wir denken heute in Sechzehnteln und spielen diese Sechzehntelschläge im Einzelschlag. Eine und die Zweie und die Dreie und die Viere und die. Und am Ende, nachdem wir diese Einzelschläge spielt haben, innerhalb des Taktes spielen wir einen Doppelschlag. Dadurch dreht sich unser Handsatz. Ich mach das mal vor. Eine und die Zweie und die Dreie und die Viere Doppel. Jetzt kommen wir auf links raus. Eine und die Zweie und die Dreie und die Viere Doppel. Ja? Es wäre schön, wenn wir den ersten Schlag auch noch betonen würden. Oder was heißt auch noch? Wir betonen den ersten Schlag, dann sieht das so aus. Eine und die Zweie und die Dreie und die Viere Doppel. Eine und die Zweie und die Dreie und die Viere Doppel. Wunderbar. Um jetzt einen Halbtaktikenwechsel zu bekommen, müssen wir natürlich den Wechsel auf der Drei machen. Das geschieht dadurch, dass wir spielen eine und die Zweie Doppel, Dreie und die Viere Doppel. Eine, Zweie Doppel, Dreie und die Viere Doppel. Ja? Das ist der Halbtaktikenwechsel. Wenn wir jetzt bei jedem Viertel wechseln wollen, passiert vorne es. Wir spielen eine, Doppel, Zweie, Doppel, Dreie, Doppel, Viere, Doppel. Eine, Doppel, Zweie, Doppel, Dreie, Doppel, Viere, Doppel. Okay. Diese drei Versionen spielen wir viertaktisch. Ich mach's vor. Eine und die Zweie und die Dreie und die Viere Doppel. Eine und die Zweie, Doppel, Dreie und die Viere Doppel. Eine und die Zweie, Doppel, Dreie und die Viere Doppel. 1 und die 2 doppel, 3 und die 4 doppel, wechsel und die 4 doppel, 1 doppel, 2 doppel, 3 doppel, 4 doppel, 1 doppel, 2 doppel, 3 doppel, 4 doppel, 1 doppel, 3, 4, 1, 2, 3 und die 4 doppel. Wunderbar. Also das ist eine ganz gute Übung, weil wir sowohl mal die Hand, die Führungshand, sowohl rechts als auch links haben, beziehungsweise wir einen ständigen Handsatzwechsel haben. Ja, das ist ein gutes Training. Das macht man mal so, würde ich sagen, drei Minuten täglich. Ja, gut. Das ist eigentlich die erste kleine Übung, die man schön beim Kaffee morgens irgendwie mal so zwischendurch spielen kann. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.